Tag zusammen, hier bei uns im Ferrum. Da ist wieder die Lea. Die Übung der Woche sieht diesmal so aus, dass wir die Landmine benutzen, beziehungsweise das Power Pivot auch genannt. Man kann ganz viele Sachen hier dran machen. Das ist echt eine professionelle Variante. Da steckt eine ganz normale Stange drin. Wir machen heute, ich weiß nicht, wie man das speziell nennt, Rainbows nennen wir es. Das sind einfach so geschwungene Bögen. Das ist eine Rumpfstabilisationsübung. Die Kraft geht durch den ganzen Körper durch und wir nehmen Ausfallschritte noch mit rein dazu. Die Lea macht euch einfach mal ein paar vor. Wir machen einen Ausfallschritt zur Seite. Die Arme bleiben fast gestreckt. Der Rumpf bleibt stabil dabei. Sehr schön. Gesteigert werden kann das Ganze, indem man einfach Scheiben draufschiebt auf die Stange. Und vom Belastungsgefüge würde ich da mit 4 mal 10 Bögen anfangen. Das heißt, nach links zählt als 1, nach rechts rüber zählt als 2 und so weiter. 4 mal 10 mit mindestens einer Minute Pause. Ihr könnt auch gerne 90 Sekunden Pause machen. Vielen Dank.